Yo, weiter geht's mit GTA 5. Wir sitzen in der Kokett und ich habe mir einen Wegpunkt gesetzt, um einen Schnappschuss zu machen für den Paparazzi. Das wären dann so ziemlich alle Nebenmissionen zur Zeit für Franklin. Dann geht's zurück zu Trevor, würde ich sagen. Da sind auch noch eine Unmenge neuer Missionen aufgetaucht seit dem letzten Mal. Und ich glaube, es sind keine Vorbereitungsmissionen für den zweiten Raubeüberfall, sondern irgendwas anderes. Ich glaube, einer ist noch von Nigel. Werden wir dann gleich sehen. Wow, jetzt geht das ab. Ich liebe es, die Kokett. Das war's besser wie der Mercedes. Obwohl der Mercedes auch nicht schlecht war. Kack, sind wir da. Die letzten Missionen sind nicht so gut verlaufen. Wir hätten mir fast den letzten Nerv geraubt. Ich musste mit einem Truck vor der Polizei fliehen. Im Schritttempo. Nerviger geht's nicht mehr. Was gibt es hier zu fotografieren? Für Beverly. Ah, da drüben. Was ist denn das? Ein Auflauf. Na, der Walk of Shame. Da war, glaube ich, ein Halo-Fanboy. Wie soll ich das machen? Ach so, ich muss warten, bis sie die Polizei verhaftet. Und dann... Weil während der Fahrt kann ich meinen Snap-Shot-O-Matic nicht auspacken. Wow. Die sind ja schlimmer als ich. Die Polizei verfolgt sie und ich verfolge die Polizei. Au. Knapp. Geht's. Ja. Gute Chase-Music. Wow. Da kommt schon der Nächste. Das war aber für die Show. Gescripted. Wenn ich die Rolle der Polizei übernommen hätte, hätte ich sie schon eingeholt. Die sind wahrscheinlich zimperlicher, weil das ein VIP ist. Vielleicht einen Hubschrauber. Wo fahren denn die hin? Nein, nein. Sind wir bald da. Wahnsinn. Macht aber mehr Spaß, wie vor der Polizei zu fliehen. Pullover. Pullover. Oh ja, klar. Sie hat keinen Pullover an. Aha, das Problem hat sich von selbst gelöst. Sie hatte offensichtlich... ...den Gurt an. Ah, schnell, schnell. Snap, 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 snap. Mach's schon. Poppy. Wie sind Poppy Mitchell? Reicht das schon? Das ist noch besser geworden. An Beverly. Reicht das? Kriege ich ein Autogramm? Oh, nein. Nein. Mann, nur weil ich mich einen Schritt zu weit genähert habe. Du Rentfee. Das war gemein. Ich wollte doch nur ein Autogramm. Oh, Gott sei Dank für diesen Checkpoint. Gott sei Dank. Was ich gehört habe, gab's in GTA 4 noch keine Checkpoints dieser Art. Da musste man die Mission ganz von vorne beginnen. Also, da hätte ich aber jetzt einen Top-Suchs-Anfall bekommen. Kannst du mir glauben. Poppy. Ihr kriegt ein Autogramm, aber ich nicht. So. Oh, ich hab... Oh, scheiße, ich hab die Uzi. Draußen. Uzi, nein, Millimeter. Das ist reibungslos verlaufen. Wär ich nicht so blöd gewesen und wär zu nah ran. Könntest du bitte einmal das tun, was ich sage? Nämlich den Radio ausschalten. Mitten im Schlamassel, beschwebst der Diva. Was wär denn das gewesen? Das ist wie die... ...nicht volle Synchronisation bei GT. Ey, jetzt kommt der wieder. Ich komm wieder zu, das Radio auszumachen. Das ist ein großer Journalismus. Hörten kleine Sextape, das Sloppy Poppy und eine vollblowne Meltdown. Das fühlt sich so an den Frontlinen, Mann. Ich sehe von dem nie Geld. Das wollen wir wetten. Was kommt als nächstes? Ich wollte ja eigentlich zu Franklin. Äh, von Franklin zu Trevor wechseln. Aber da wäre halt noch eine Mission offen. Was ist das? Nigel. Oder? Das N ist für Nigel und das B ist, weiß ich nicht. Und ich müsste auch noch einen Schießstand Besuch absolvieren. Noch einen. Und mit Michael muss ich noch die Flugschule besuchen. Also gehen wir mal zu Franklin nach Hause. Ich glaube, das ist sein alter Unterschlupf bei Tantien. Ich dachte immer, zuerst dachte ich, es ist seine Frau. Also das war deprimierend. Dann habe ich bemerkt, es ist seine Mutter. Dann ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Aber jetzt bin ich drauf gekommen, es ist im Grunde seine Tante. Also eigentlich das beste Ergebnis. Damit kann ich leben, dass es seine Tante ist. weil die Dialoge ließen darauf schließen, dass es eigentlich nicht seine Mutter sein konnte. Denn wer redet so mit seiner Mutter? Beziehungsweise welche Mutter redet so mit ihrem Sohn? Wie es Tantchen gemacht hat? Über Beckenbodenmassagen und so. Ich meine, auch für die Tante ist es ziemlich pervers und abnorm, aber gut, sind wir gewohnt von Verwandtschaftsverhältnissen in GTA. Ne, das ist nicht seine. Das ist nicht... Da bin ich, glaube ich, total falsch. Kann das sein? Da bin ich total falsch. Oder? Nein, bin ich nicht. Ich bin total richtig. Und meine alte Garage ist zugebetoniert. Nein, ist sie nicht. Ich bin im falschen Haus. Naja, ich war schon lange nicht mehr hier. Aus den Augen, aus den Augen, aus dem Sinn, heißt das. Da ist sie, die alte Garage. Geht sie noch auf? Ne, aufgehen tut sie nicht mehr. Sie hat sie zugenagelt. Tantchen ist nachtragend. Glauben wir mal, was sie zu sagen hat. Oh. Sie ist sauer. Oh. Lamar ist eingezogen. Der verlorene Sohn. Sind das deine Weisheits-Szene, die du dir an den Hals gebunden hast? Die sind, glaube ich, von alleine ausgefallen. Oh, Trevor ist da. Ja, für Trevor. Wie ist er eigentlich in Ordnung? Boah. Trevor hat's drauf. Ist, ist es 7 Dollar? Ich habe gesagt, was schönes, nicht schäuert. Willst du eine schäuertige Böse sein? Huh? Nein. Jetzt komm her aus. Okay? Du Menschen sind alle das gleiche. Oje. Man, was zur fuck du tun? Ich bin gewonnen, zu zerwarnen. Hier mit dem Mann. Die Mann. Was? Ich bin neu in der Stadt, ich bin Freunde, okay? Jetzt gehen wir. Träuber fühlt sich ausgeschlossen. Gangbang, okay? Was? Ich spreche über das kleine Stress-Thing, Mann. Fucking beautiful. Perfekt. Es ist ein Gangbang. Let's go. Komm her. Komm her. Wer ist das für? Man, was ist das für? Man, einfach komm her. Gangbang. Sehr gut. Und mit Hund. Nein, bitte nicht mit Hund. Den werde ich nicht mehr los. Letzte Folge hatte ich eine halbe Stunde versucht, den loszuwerden. Ist mir nicht gelungen. Ich musste Charakter wechseln. Do not move. Und schalt das Renfee-Radio aus. Aha. Geht's da eigentlich immer nur um Drogen und Waffen? Können die nicht mal was anderes klauen? Massagestäbe, oder? Andere ist ein nettes Spielzeug. Gangbang. Sind das die Ballers? Mit Trevor haben wir schon gewonnen. Könnten wir eigentlich heimgehen und fernsehen? Und Trevor ist allein erledigen lassen. Job muss draußen bleiben. Ich darf hier nicht hinein. die Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Ja. Ja. Du magst das, oder? Du magst das, oder? Sample? Hm. Jetzt sprechen wir hier. Mhm. Keine Koks vor, wer? Anfänger. Oh, Trevor ist sauer. Oh, der hat jetzt, der hat geschossen und hatte nicht, also, ich bin Franklin. Schade, ich will, ich will Trevor sein in dem Fall. Kann ich wechseln? Ja, ich könnte wechseln. Das ist die Grove Street. Heilige Scheiße. Die berühmte Grove Street. Bevor ich sterbe, als Franklin, wechsle ich zu Trevor in seinem Rage-Modus. Aber ich vertraue darauf, dass die KI besser spielt als ich. Oh, fuck. Da geht's so. Es gibt kein Friendly Fire. Wenn ich das richtig sehe. Ich habe schon ein ganzes Magazin leer geschossen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern. Was? Oh ja, ich habe ja keine kugelsichere Weste. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, in den Waffenladen zu schauen. Das ist doof. Ich hätte früher, früher zu Trevor wechseln sollen. Wo ist der Job hin? Ich muss mich nicht eingreifen lassen. Oh, ich habe genau die Stange genossen. Nein, nein. Ich wollte nachladen. Man darf nur nicht... Man darf nur nicht rushen. Das geht's. Solange man sich Zeit lässt, geht's. Was ist los? Oh, Trevor sind Schwierigkeiten. Nicht so Trevor in seinem Rage-Modus. Okay, das ist die Kacke am Zahn, das sage ich dir. Und er hat die Schrotflinte. Wieso hat er die Schrotflinte? Das war eigentlich gar kein Grund. Und ich habe... ...keine Munition für den Raketenwerfer. Aber ich habe fast keine Rage mehr. Ja, das Auto geht gleich hoch. Alles hübsch, da einer. Das sind ganz schön viele. Ich glaube, das ganze Viertel ist hinter uns. Sniper habe ich, glaube ich, auch noch, ne? Munition. Aber nur mehr 17 Schuss. Fuck. Dafür ist mein Rage-Meter wieder voll. Da ist einer am Dach um. Nein. Wirklich. Immer Deckung raus, Deckung raus. Kann eigentlich nichts schief gehen. Was, die Bullen? Wat no. Welke Lamar. Würde ich ja gern. Nichts weg, hier. Jetzt kommen wir zwischen die Fronten. Oh, wo ist denn das? Dreharbeiten. Schreit schon. Wow. Wow. Okay. Jeder kriegt eines. Hey, die nehmen sie Clips. Scheiß. Wart seh. Ah, wir sind in der Scheiße. Oh, ich sollte in der Scheiße bleiben. Nein, wir sind noch nicht under arrest. Oh, wir sind noch nicht. Oh, wir sind in der Scheiße. Ja, ich bin noch nicht. Ja, wir sind jetzt. Na, jetzt haben wir die Brücke nicht mehr über uns. Was? Hängt die Bullen ab, irgendwie. Fuck, aber wie? Am besten an Land, würde ich sagen. Fuck. Da kommen noch mehr. Nicht gut. Da geht es schon aufs offene Meer raus. Da ist auch kein Auto. Da. Schnell. Mal sehen, ob man da irgendwo rauf kann. Ja, aber eher nicht. Da ist die Welt zu Ende. Oh, fuck. Ich bleibe einfach unter Wasser. Bis mir die Luft ausgeht. Nein, die schießen weiter. Das ist nicht gut verlaufen. Die schießen. Ich habe mich total ins Abseits manövriert. Das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen. Ich müsste den blöden Hubschrauber runterholen. Ist da eine Höhle? Auch nicht. Kleine Höhle. Also Fuß werde ich sie nicht abhängen können. Das steht fest. Ich probiere es mal. Ich habe nur zwei Schuss. Vielleicht habe ich sie abgehängt. Mit dem Hubschrauber vertrieben. Sieht gar nicht so schlecht aus. Nein! Sie haben einen Visual. Wer hat einen Visual? Visual my ass! Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Das war mein Fehler. Polizei abhängen ist nicht so mein Ding. Ich gebe es zu. Sind sie aber alle da drüben. Da kommen auch welche. Ja! Endlich! Bronze! Immerhin! Aber ich habe wieder einen neuen Teil der Welt kennengelernt. Wasser ist auch ein Radio dran. Das war eigentlich die Franklin-Mission. Und ich wollte ohnehin zu Trevor wechseln. Wo ist denn das? Wer ist denn das? Der Mann hält dich aus der Gaschamber. Townley ist auf seinem Weg. Wir müssen face to face sprechen. Warehouse, off Dutch London in Banning. Oh, wir können mehr als sprechen, mein Freund. Da komme ich nicht rauf. Wie gebe ich dich zum Lagerhaus als Franklin? Ich könnte jetzt auch zum Michael wechseln. Das wäre mir offen gestanden lieber, weil dann bräuchte, muss ich nicht daraus finden aus dem Canyon oder wo das ist. Schlüster? Seidgeschwart. Namaste. Namaste. Kevin Weston ist ein sehr guter Freund von mir, also warum nicht deine Höhle sehen? Weil ich euch erzähle was, dieser Mann bekommt mehr Taille, als äh, als ein Taille-Kercher! Heiner? Heiner kriegt die meisten ab. Macht euch keine Hoffnungen. Oh, der schon wieder! Nein, nein, Ferdinand, er ist weg! Franz Ferdinand! Ich glaub der Anblick von Trevor reicht, um ihn zum Reden zu bringen. Oh nein! Churrican. Plias für die Fingernägel. Und ich bin Zettel für den Hansemann. Ah, Strom zu den Nippeln. In Rockford Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh! That's all I know! That's it! That's it! That's it! We're gonna make him speak. No, 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 no! You two are gonna drive up to Rockford Hills. No! And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No, 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 no. Cause I'm tired of these fucking nitwits at the agency, taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. Yeah, the more I see of your boss, the more I like him. Was you I wouldn't be so close my associate with so is he gonna be a problem for sure but there's nothing we can do about if something happened to him right now I'd be right under a microscope an electron microscope of bureaucratic shit and that would make it very difficult to keep old secrets oh well for you you know who else is having trouble keeping secrets asshole me after you brought trevor in on this I only brought him in after you put out your press release I see nix so ein engartiges wow was war denn da los so das gesehen and he done for this connection then what then trevor flips out beheads me kills my family or raises them as his own I don't know which is worse anyway any of that could happen at any time slow down okay slow down what does he know he knows I'm alive he knows I got money and now he knows I'm working with the FIB does he know how long you've been working with the FIB how long the fuck does that matter either you were working with us before the cash depot job you walked your crew into an ambush one of them spent ten years on the run and the other landed in a federal penitentiary or 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 we stumbled on the cash depot job brad went down you went down Trevor go down Trevor go away the FIB cut you a deal on your sickbed immer dieser Querverkehr das ist der Querverkehr das ist der Querverkehr das ist der Querverkehr hier ist der Querverkehr ich sollte ihn verbieten ich war in der Abendmahl der Mann der der Michael Townley ja ich war ziemlich ein Trophie eine gute Hände die auf der Wand seid ihr bald fertig die Mission fängt gleich an ok die Mission fängt an aber in der nächsten Folge bis dann tschüss